Ach man, der hat schon... Oh, jetzt hast du den Hanzo. Bist du? Ja, gib ja. Das ist der Einzige, den er frei bekommt. Ja, ja. Ich hoffe halt, dass wir... Ich kann auch mit Genji, aber Genji ist halt... Boah, nee, bitte nicht. Du machst nicht nur... spiel leichte Charaktere, Alter, wo du dich hochziehen kannst. Deswegen, ich spiel hauptsächlich Hanzo. Aber der ist nicht leicht. Ich kann mit dem perfekt spielen. Machen Sie sich bereit zum Angriffen. Also, meistens Highlight des Spiels. Also... Aber ich habe jetzt länger eigentlich gespielt, also glaube ich... Keine Ahnung, drei Wochen, vier Wochen bestimmt nicht. Ich glaube, das letzte Mal vor sieben Wochen. Erstmal ein Rauchen, wer? Ja, ich nicht, Diggi. Ich rauche jetzt keinen Nike. Ich habe aufgehört mit Rauchen. Fünf Tage jetzt schon. Naja, fünf Tage geht schon rauchfrei. Los bei dir. Dampfen mache ich jetzt noch, aber ohne Nikotin mittlerweile. Okay, dann... Dampfen seid ihr, dann wird es sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Wieso? Ich bringe kein Nikotin, oder was? Genau, ja. Ich dampfe. Also ich komme auch richtig gut über die Runden. Ja. Außer ich gehe weg, dann... Also außer ich gehe feiern, dann... Nimmst mal die einen oder... Zwei Zigaretten. Ja. Aber ich dampfe immer mit drei... Drei Gramm... Drei Milligramm Nikotin. Ja, hatte ich... Ja, hatte ich vorher auch. Aber mittlerweile habe ich kein Nikotin mehr drin. Also ich... Komm doch drauf an, was du dampfst. Ähm... Heisenberg. Okay, ja, aber ich meine über... Also... Dampfst du MTL, also Mund zur Lunge, oder... Direkt Lunge? Direkt Lunge. Ja. Dann sind drei okay. Dann... Kann man es auch raushalten. Ja. Heisenberg. Drei... Drei... Zwei... Schwer, schwer. Also weil ich arbeite nebenbei im Dampferladen. Ah, okay. Und... Ja... Weiß nicht. Viele kommen halt nicht von der Kippe weg, weil das Nikotin halt wieder da ist. Ja, verständlich. Aber ich... Ich muss sagen, ich komme bisher ganz gut klar. Okay. Irgendwas ist hinter mir gewesen. 1.000 DPI. Batschen. Ja, der Wichser, Alter. Der Drecksack hat sich da in die Ecke gekämmt, Alter. Ich habe mir auch nicht mitbekommen. Ja, dann können wir schon jetzt vergessen, eigentlich, wenn wir so weitermachen. Ja, wir müssen Batschen wegholen, da. Müsst aufpassen, dass wir hinter uns abdecken. Ich muss hier einmal rauskommen. Boah, Batschen, Alter. Ja, du musst eigentlich nur mit deinem Fall reinbolzen, liebe Klassen. Ja, du hast ihn. Ja, ja. Oh, fuck. Die sind alle low, Digga. Ja, das ist... Diese Mauer nervt mich da in der Ecke, weißt du? Was ist da... Oh, Genji. Oh, Genji. Spiel mal, oder kannst du anstatt Hanso mal kurz Soldier zocken? Soldier? Ja, ist aber leichtes. Definitiv leichtes. Ich weiß, aber ich mag den überhaupt nicht. Null. Ich habe den auch schon gespielt, aber... Also der beste Charakter bisher ist Hanso bei mir, aber ich muss immer wieder reinkommen in die Steuerung. Äh, die Geschwindigkeit. Weil ich halt Hanso mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeitsspieler. Batschen ist fast tot. Oh, ne. Jetzt hat er so einen Booster. Batschen tot. Toll. Reapers low. Ja, ja. Kann ich nicht. Harbin. Ach. Diva kommen wir runter, oder? Na, Diva ist hinten runter. Soja, ist vorne noch. Alles easy. Alles gut. Ich fahr gleich mal ne Rutsi rein. Ich warte noch. Warte noch. Warte noch, warte noch, warte noch. Ich warte noch. Ich warte noch. Ich warte noch. Ich warte noch. Chill chill chill. Ja, alles gut waschi. Ja, Soldier. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Das war knapp das. Oh, Batschen, Batschen. Ach komm. Ich bin nicht weggekommen. Ich bin auch nicht weggekommen wegen Batschen. Du bist gestorben? Durch? Also ich bin noch. Ja, durch Genji. Ja, Drake auch. Ah, das macht keinen Sinn, Alter. Das ist so für den Arsch gerade echt. Mach Kuren ziehen. Die machen so viel. Hab ihn. Schön. Bäschen oben auf dem Dach. Bin halt hart, hart low gerade. Dann ulti fertig. Dann chill noch, chill mit deinem ulti. Hau sie nicht raus. Nicht raus sollen. Das ist schmarrn. Ich warte immer auf den perfekten Zeitpunkt. Aber ich brauche halt Heal, Alter. So hart low. Ich finde aber kein Heal. Haben wir überhaupt einen Healer im Team? Ja, du. Nee, ich nicht mehr. Nee, du auch nicht. Nicht mehr, ja. Nicht mehr, nee, nee, nee. Scheiße, Alter. Ohne Heal ist er kacke. Weil ich kann so lange jetzt nicht reingehen. Weil ich habe 18 Leben, weißt du? Ja, was soll ich meinen Ulti raushauen? Wo ist denn hier Leben? Ach, da ist ein bisschen. Ja, das lohnt sich nicht gerade. Wir brauchen einen Healer. Ja, aber wenn der Damage nicht kommt, weil kein Tank da ist, dann bringt der Healer auch nichts. Ja, das ist wohl richtig. Ja, bringt der Healer auch leider nichts. Was? Das Team ist halt schlecht ausgeglichen, sag ich mal. Wir spielen halt auch null zusammen. Da hinter euch. Einer ist tot. Ja, der Reaper. Rängt halt alles hier gerade um. Ich weiß, der Reaper ist gut. Na ja. Der Beste ist da oben links, ne? Hier, ähm, Ash. Hinter dir war der Reaper. Ja, ja, ja. Nein, das ist egal. Reaper ist tot, Reaper ist tot. Ja, aber jetzt ist der Beste da. Uah. Vorsicht, Beste kommt zu euch. Genji ist bei mir oben. Genji ist bei mir oben. Ach komm, Alter. Ja, das ist... So. Hey, hello, hello, servus. Oh, wow. Wo werde ich mich nie wiederbelebt, Alter. Oh, von mir. Mitten in den ganzen anderen Leuten. Was? Okay. Wo... Wo... Wo kommt der Genji denn her? Der Blackie und Overwatch. Ja, Wallnet. Wollen im Bild zufällig mitmachen. Ich will ja nichts sagen, aber die deutsche Synchro suckt ja mal richtig hart. Ach, doch selbst den Medic. Ne, ich kann Medic überhaupt nicht spielen. Ich hab Medic schon so oft probiert, aber es geht gar nicht auf die Kette. Mit dem, ich kann denn nicht spielen spielen, dass wir... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020